Moin moin liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Heute wieder mit dabei Kim und Götli. Guten Tag. So, wo haben wir denn hier Spaß? Hör mal. Ich bräuchte nur ne Wäntsche. Oh, Westen. Haben wir Westen? Wir haben Westen grundsätzlich, ja. Aber ich bräuchte nur ne Wand. Ja, ist doch nicht mein Problem. Kollege, hier. Ich hab drei Drohnen erledigt. Tja, ich hab nichts gemacht. Leute, was war das? Kann auch noch. Hey, guck mal, ich tarne das Ganze jetzt. Da bist du cool. Hä, voll geil, oder? Guck mal, hier liegen Westen. Ja, mit dem Judo, sonst haben wir ganz schnell ganz wenig Deckung. Hm, nein. Ah, toll. Bereite Willkommensmatte vor. Lege Stacheldraht aus. Leute. Da hat ein Turbite aufgemacht. Einer salzt sich ab. Boah, sie sind in der Bar. Fuck you, du dreckiger Wichser. Kapital in der Bar unten. Hm, ich seh's. Was? Leute, wieso die Leute? Da verkriegt sich der Dritten. Mit der 100 Schuss. Was? Da hat er was geputiert. Und die Brille-Camps sind alles schon weg. Bis auf eine. Oh, wischig eher weniger. Ähm, im Nebenraum. Östlich, also Richtung Nordosten. In dem Raum. Und von unten? Was von unten? Aber nein, Valkyre dritte Richtung. Oh nein, Valkyre. Wo war der? Auf der Treppe, mal. Von der Bar nach oben. Direkt vor Böhn. Danke, Böhn. Einer ist auf dem Dach gegenüber. Kapital müsste noch irgendwo sein. Kapitalgeier hat unten rum. Und ich steck mit dem Rücken. Keiner ist in der... Irgendwie weiter nach oben. Nicht, dass du von der Bar aus weggemacht wirst. Ich wechsle das Magazin. Kann da einer hoch? Nee, Böhn. Bleib oben. Einer ist drin. Ist da unten. Jawoll. Der andere lag schon tot auf dem Boden. Nee, der ist runtergestürzt, der Idiot. Ja, aber der lag dann schon tot auf dem Boden. So, ja, ja, ja. Ist okay. Ja, 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 ja. Hör mal starten, was du sagen willst. Ja, ja, ja. Wieder keine Ahnung, aber mitschwärze wolle. Ja, das sagst grad du, ne? Du bist doch gestorben, oder? Hab ich gehört. Ja, was hat denn Sterben mit keiner Ahnung zu tun? Ja, ne... Ja, weißt du selber nicht, ne? Wenn man eine Kugel frisst, dann sollte man sich nicht drüber... Ja, weiß er wieder nicht. Sollte man nicht mitreden. Ja, ja. Weiß er selber so dran. So, guck mal, wir haben drei Leute getötet. Dabei waren nur vier im gegnerischen Team verrückt. What? Denken sie da mal drüber nach. Sicherlich ist das eine Möglichkeit. Ja. Meine sehr verehrten Damen und... Sperm? Äh... Es ist wieder an der Zeit. So geil. Stolpers Nachtgedanken. Ah, kann man nur jedem empfehlen. Ähm, Strip-Lokal. Ja, sehe ich auch. Valkyrie ist da. Ich hab die Valkyrie. Ich hab die Geisel. Ich hab sie. Sie haben den Mute. Sie haben den Rook. Sie haben eine Valkyrie. Sie haben Action. Da ist der mal gut. Cavera. Cavera? Nice. Jo. Loil. Loil. Es ist ein Armin. Ja, fangt an, fangt an. Fangt an, es euch gegenseitig umzubringen. Cavera ist schon mal tot, das ist gut. Echt? Ja. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Hey, Kim. Haha. Oh nein, die Kläffer kommen wieder. Wupp, 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 wupp. Du let the dogs out. Wuff, wuff. Ja. So, ich kann wunderschön auftürmen halten. Außer, ah ne, die haben ja... Wir haben einen Thatcher. Nice. Wer hat Thatcher von uns? Ich. Nice, Böhn. Do your job. Bist du. Ich renne grad zum Strip-Lokal. Warte mal, warte mal. Da kam... Oh, der ist doch offen. Weg! Das ist der Nebenraum. Und jetzt kommen die nicht mehr durch. Egal. Das ist meine Kühle ganz hinten drin. Warte, geh doch mal rein, du? Alter, geh mir doch nicht mal einen Schuss. Wo? Wo bist du? Einmal ringsrum laufen. Bei dir. Hier. Hier. Hier brauch ich dann. Warte, warte, hier kann man... Hier kann ich direkt aufkommen. Ihr könnt auch oben durchschießen, ne? Da hat's so einen schmalen Grat wieder. Mh. Da könnt ihr euch oben durchschießen. Wenn ihr euch da hochseilt. Genau, da kannst du reinballern. Die Kamera aus, ne? Ja, mach genug. Deck deine den Rückraum ab? Ja. Hey, die Tür ist offen, bitte. Jetzt öffne mal den Scheiß nach. Okay. Wir brauchen hier auch noch mal eine Terminladung. Bei uns. Süden. Wo ist bei uns? Süden. Ach, hier seid ihr drin. Easy. Geht auf. Fertig? Mach! Ja, scheiße, der Javeler ist da drin. Wow, wow, wow. Scheiß. Gute Deck. Wie kann denn hier noch eine Kamera sein, man? In der Ecke hockt da der Hund. In welcher Ecke? Da reinkommen sie rechts. Und im ersten Loch. Mr. Kim, der gehört jetzt zu uns? Geisel ist sicher. Haha. Einfach blind reingeholzt. Hihihi. Nice. Ne? Wo ist die Leiche hin? Da habe ich gedacht, okay, dann kriegt der die Leiche nicht. Ne, dann sind sie. LOL. Der ist einmal außen rum gelaufen. Oder ich war im gleichen Raum mit ihm. Und bin dann durchgegangen. Weil alles voll mit Smoker. Eins von beiden. Ich glaube, fast eher das zweite. Wie kann man so unprofessionell sein? Hahaha. Ich bin dann so auf dem Boden, nach vorne gekrochen. Und bin dann so durchgelaufen. Aber da ich dem Typen natürlich ausgerechnet den Headshot gebe, wenn er aufsteht, so zopp, oh, weg ist er. Ah, ist natürlich da. Unglücklich für ihn. Ah, unglücklich. Ah, da lache ich. So, dann sollen sie mal durch meinen Miet durchkommen, die Opfers. Bist du hier bei Rücke der Jedi-Ritter, Lea in Verkleidung? Ja, 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 ja. Oh mein Gott, sie hat einen Thermal-Detonator. Warum sollte ich deine Forderungen erfüllen? Weil sie einen Thermal-Detonator in der Hand hält. Einfach gut, einfach gut. Okay, ja, wenn das so ist. Nun. Was? Toll Mute. Toll Mute. Wo das denn? Besten, ja, weil da ein Drohnschacht ist. Wo? Ach da, wo? Ja. Es bleiben noch 10 Sekunden. Wo das denn? Ich hab vier Drohnen getötet. Ja, und die eine ist reingekommen, weil Bolle den Drohnschacht nicht zumachen. Ja, ich kämpfe gerade mit dir. Jetzt habe ich sie. Oh mein Gott, die Gegner haben Sichtkontakt. Hilfe! Hilfe! Der ist K-E-Zie. LOL! Sie haben schon wieder einen erschossen. Die erschießen sich jetzt alle gegenseitig? Welcher Idiot hat eigentlich meine Ladung hier, mein Drohnending da kaputt geschossen von euch? Weiß ich nicht. Der verbleibende Gegner. LOL. Ich weiß nicht warum, aber ich hab ein ganz gutes Gefühl. Ich will nicht sagen, dass wir gewinnen könnten, aber... Ich glaube wir verlieren den Scheiß jetzt. Du wirst sehen. Meinst du aced uns jetzt? Ja. I don't think so. Und was für ein Ace der draus macht? Verrückter! Feuer einstellen! Au! Wenn ich ihn wenigstens mal sehen würde, weißt du, dann würde ich ja rausrennen. Wie viel Schaden hast du bekommen, Böhn? Äh, 20. 20?! Ich hab mit der Pistole auf dich geschossen durch die Wand. Du hast auf mich geschossen mit der Knarre und ich hab 10 bekommen. Wo ist der Kim? Oh, ich hab mich identifiziert. Nice, wo ist Kim? Ah, draußen direkt vor der Bar. Draußen direkt vor der Bar. Wo? Hab ihn! Da gibt er zwei Eingänge bei der Gefahr. Alter, wenn ich sag draußen direkt vor der Bar. Ich habe keinen Eingang gesagt. Ich hab nicht gesagt direkt vor dem Eingang. Ich hab gesagt draußen vor der Bar. Er hat da selber nicht mit gerechnet, dass da plötzlich Schüsse entgegenkommen, glaube ich. Ja, schön. War eine gute Runde. Hab ich... Ja, ich hab den... Ja, schönes 5-0. Kann ich... Kann ich mitleben. Ich hab null Kills und bin trotzdem Zweiter. Nice. Aber Böhnli hat auf mich geschossen. Das hat ihm Minuspunkte gegeben. Mhm. Ja, ja. Das fand ich nicht sehr nett von dir, ja. Achso... Echt? Hat einfach auf mich geschossen. Durch die Wand. Ohne Grund. Kann ich nicht nachvollziehen. Seid ihr Freunde, dann warst du das für heute. Wie hoffen, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, ein Abo wäre sehr geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und may the fun be with you.